Hallo liebe Zuschauer, Herr Arvai hat ein neues Video veröffentlicht und er hat fast lächelnd vor Freude angekündigt, dass vielleicht die erste Langzeitnebenwirkungen der mRNA-Impfungen, genauer gesagt der Biontech-Impfung, entdeckt wurde. Er verdient kein Video mehr, aber ich kann es einfach nicht lassen, habe ich damit doch nun einmal angefangen. Ich möchte dazu nur schnell ein kurzes Statement abgeben. In seinem Video berichtet er über diese Studie. Die Studie ist eine Preprint-Studie, ohne Peer-Review, daher mit Vorsicht zu genießen. Bereits am Anfang kann man diesen Satz lesen. Herr Arvai gibt immer noch nicht zu, dass die Impfungen effektiv sind, zitiert dafür aber eine Studie, in der genau das drin steht. Das wollte ich nur mal erwähnen. Er interessiert sich aber nicht für sowas. Er hat stattdessen den nächsten Satz ausgewählt und versucht gerade daraus eine sensationelle und ganz gefährliche Entdeckung zu kreieren. Die Studie fand heraus, dass die Impfung einige Abläufe der angeborenen Immunität verändert. Manche Rezeptoren reagieren nach der Impfung etwas weniger, andere etwas stärker. Das führt im Endeffekt dazu, dass einige Teile des Immunsystems, die normalerweise in die Bekämpfung von Viren und Bakterien involviert sind, weniger aktiviert werden als sonst. Das muss nicht unbedingt etwas schlimmer sein. Viele Viren, unter anderem auch Coronaviren, lösen nämlich eine überschüssige, viel zu starke Immunreaktion aus. Diese Immunantwort verursacht bei schwer kranken Patienten enorme Schäden und wird im Rahmen der Intensivtherapie gebremst. Wenn diese überstarke Immunantwort nach der Impfung gebremst wird, ist das von Vorteil. Genau das könnte einer der Gründe sein, warum Geimpfte nicht schwer krank werden. Es wurde bereits in mehreren Studien gezeigt, dass eine normale Immunantwort auf verschiedene Infektionen oder Impfungen solche Veränderungen auslösen kann. In der Studie wird zum Beispiel erwähnt, dass die Impfung auch die Immunantwort auf Influencer-Viren verstärken könnte, aber diese verstärkte Reaktion war statistisch irrelevant. Ja, wir Geimpfte werden die nächste Influencer-Saison problemlos überleben. Ich hoffe sogar besser, da es sich hoffentlich endlich durchsetzen wird, dass erkältete Menschen Masken tragen. In der Studie steht außerdem direkt drin, dass auch andere Impfungen wie Masern, Mumps, Röteln oder BCG das Immunsystem umprogrammieren würden. Es ist also eindeutig erkennbar, dass es hier um nichts Neues, Sensationelles oder Gefährliches handelt. Ich denke, er hat diese Studie einfach ausgewählt, weil die Autoren unglücklicherweise das Wort Umprogrammieren benutzt haben und man damit die Laienmassen hervorragend begeistern und aufhetzen kann. Das einzig Neue in dieser Studie, was ich erkennen konnte, war die Vermutung, dass mRNA-Impfungen in diesem Sinne Lebendimpfungen ähneln, bei denen solche Wirkungen längst bekannt sind. Eine Impfung führt selbstverständlich zu langfristigen Änderungen, genau deswegen werden sie verabreicht. Warum sollte man das jetzt als Problem darstellen und damit Panik generieren? Diese Studie wollte definitiv kein Panik verbreiten. Man erkennt das deutlich, wenn man die Zusammenfassung durchliest. Die Biontech-Impfung verändert das angeborene Immunsystem und löst eine starke, adaptive Immunantwort aus. Diese Veränderungen können zu einer ausgeglichenen Immunreaktion auf eine Corona-Infektion führen oder auch zu einer verminderten Immunreaktion. Das ist wie gesagt nicht unbedingt schlimm. Die Impfung schützt eindeutig vor Corona, aber es ist nicht bekannt, wie lange. Neuere Impfgenerationen können anhand dieses Wissens einen länger anhaltenden Schutz erreichen. Die Studie wurde für Fachmänner geschrieben. Landschaftsökologen kommen damit offensichtlich nicht klar. Warum aber die Panikmacher? Was soll das erreichen? Ist es wirklich so schwer zuzugeben, dass man sich geirrt hat? Muss man noch mehr Bücher verkaufen oder was? Es wurden bisher weltweit 2,26 Milliarden Impfungen verabreicht. 2,26 Milliarden. Wo bleiben die Nebenwirkungen? Warum hören wir nichts davon? Jedes Land, jede Regierung dieser Welt ist Teil einer gigantischen Verschwörung oder hat sich vielleicht Herr Arwey doch einfach geirrt? Es wäre langsam Zeit, das zuzugeben. Wenn es so weiter geht, bleibt in einigen Monaten von der Reputation nichts mehr übrig. Es wird langsam doch jedem klar, dass Herr Arwey nur Nebelkerzen zündet. Warum hat er zum Beispiel in diesem Video nicht gesagt, dass das Coronavirus unser Immunsystem auch umprogrammiert, wie fast jedes Virus? Unser Immunsystem ist eine plastische Struktur. Es verändert sich stetig und lernt immer dazu. Das ist normal. Kein Wunder, dass diese Studie der Öffentlichkeit nicht groß gezeigt wurde. Sie hat zum einen, solange das Peer-Review-Verfahren nicht durch ist, keine Bedeutung. Sie beschreibt außerdem lediglich normale Prozesse, die wir kennen und für das Impfprogramm aktuell genau null Relevanz haben. Bitte versucht, dieses Video zu teilen. Es wäre wichtig, diesen Blödsinn zu kontern. Danke euch, bis bald.